Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Juna. Jetzt ist er besparnet. Wir müssen da irgendwo hin. Der Montag ist voll. Keine Ahnung, ob er mich gerade hinführt. Aber das wird heute tatsächlich die letzte Folge von Journey. Das ist ja mit Spendet sein. Ich würde das nicht auf 100% vorspielen. Ich weiß, ihm gefällt das nicht. Er kann das auch gerne nur unterleidisch spielen. Ja, das geht ja nicht. Ich kann dir das gerne anmachen. Du spielst das alleine weiter. Na kein Thema. Gucken, wie ich da hingekommen bin. Woher bist du denn? Warte mal. Ich muss... Müssen wir denn hin? Ach, hier nach oben. Komm so. Komm so. Ich muss mir rein. Ja. Ja, man. Hey! das ist schräg ich weiß gar nicht wo ich hier hin soll ja das war deshalb sind wir jetzt hierher gekommen man hätte auch oben drüber stehen können das war wirklich wundervoll diese erfahrung mit ihm zu machen ach so hier sind wir hier waren wir durch hier ist gar nichts mehr muss ja auch nicht immer überall irgendwas sein ja 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 Da hast du recht. 42 Meter. Hier unter ist noch einer. Und da drüben ist noch eine neue Drohndeck. Ach, hier. 92! So, Z. Drüben ist noch Neutronensterben. Ach, hier ist wieder eine Kiste. Hier waren wir noch gar nicht. Nö, das stimmt. Das war die Ecke, wo du das erkundet hast. Ja, ich kann ja auch nicht mal alles und überall sein. Doch, doch. Nein. Das erste habe ich. Das zweite ist hier drüben. Und da ist andere. Alles mal schlagen. Ok, also zwei. Zwei sind schon da. Ja. Ach, hier. Hier ist Bernstein. Jetzt habe ich mich selbst verpestet. Super. Warte mal. So, kann es öffnen. Hui. Eine Legierung. Super. Wir brauchen zwei. Nur zwei Legierungen fehlen uns? Ja. Da ist auch's nicht. Dieses letzte Pläne sollte doch gar nicht so lange werden. Wann ist hier denn noch so viel? Was ist jetzt hier? Noch irgendwas jetzt hier? So, hier ist nichts mehr. Ich weiß nicht, waren wir da jetzt schon? Ich weiß nicht, wo du bist. Hier ist zwar noch was, aber... Oh, 76 Meter. Ok. Gucken wir einfach mal. Äh. Ach, wird schon Knopf wieder gedrückt. Ach, hier ist noch eine Kugel unten. Hier unten irgendwo. Ja. Aber wo? Wo kommen wir denn da rein? Ja. 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 Von außen. Ja. 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 Dann haben wir die knackenden Podeste, den Höllenkessel. Ja. 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 Allomassen nicht. Ja. Ah, ja. Oh ja. Das ist zwar nur für den Schirm. Alles klar. Fertig. Da quadrioneige Moment wahr. Ja. Warum noch mehr? er hat schon wieder umgestellt, auch das ist immer umzustellen, mann, haben wir jetzt irgendwas hier, okay, wo, ich würde aber sagen, wir gucken noch mal, bei uns am kapitalort, ich würde beim turm erst noch mal gucken, ja, da am anfang, weil ich glaube nicht, dass wir da wirklich alles geguckt haben, ob wir alles weg haben. Welchen tun denn? Witzhafte Themen? Ja, da ist warm. Ja. Ich werde auch in der Po haben, haben wir irgendwo im Anfangbereich was übersehen. Ja. Aber hier ist nichts mehr. Wahrscheinlich irgendwas zum Scam, was wir übersehen haben, aber... Ne, es war ja einfach nur... Vielleicht könnte irgendwas sein. Ne, hier... Die sind doch eddinger. Ja. Sind auch es Bombs. Mops! Ja. keiner mehr dann ist jetzt eigentlich nur noch das erst anfangsgebiet und dass das endlevel da der tor bei dem tor da oder boston war da auch noch zwei geheimnisse die wir noch nicht haben ja da da passiert ja nichts ein sieg mal kurz meine sachen ab ein paar haben wir jetzt wieder und tatsache wir haben einen übersehen ja stimmt in a1 beim schädel war war doch so so durchgang wo es wo so eine tür war da war da waren durchgang den haben wir noch gar nicht gehabt das war der schädel der war hier ne ok das ist ja Nein. So ist es nicht. Ah, ich losse mal weiter weg. Ja? Ja, ich wusste, du wickst. Wippen. Ja, ich habe dich gesehen. Aber da war ich schon drinnen. Nee. Nee. Aber irgendwas ist noch weiter unten. Warte mal. Ja, stimmt. Hier war's. Hä? Aber was ist denn noch weiter unten? Weiß ich nicht. Sag gut's mir. Nein, das wollte ich nicht. Ja, hier nicht. Wir haben hier noch irgendwo weiter unten. Genau. Sieht mir so aus. Als wenn hier hinter Wasserfalle noch was ist. Nee. Okay. 65 Meter. Das sind nicht. 64 Meter. Warte mal. Hier. Hier ist ne Höhle. Hier war ich zwar drinnen. Aber das habe ich wohl was übersehen. Ja. Hier habe ich was übersehen. Warte, ich geh mal nochmal hier hin. Dann weißt du, wo ich bin. Einfach zum Rand. Der Map. Einfach Richtung hier laufen. Dann kommst du automatisch hierher. Oh. Oh. Cool. Ich dachte, ich habe hier alles. Oh. Boah. Das ist ja richtig cool hier unten. Alter Schwede. Oh. Haben mir den Kopf angedischt. Da muss ich ja hier was vergessen haben. Ja, hier. Tatsache. Habe ich hier vergessen. Ja, siehst du. Oh. Das ist ja cool. Aha, der eine ist. Oh. Hier war ne Küste. Ja, hier. Ja, genau. Das habe ich ja gelöst. Ja. Äh. Hier. 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 Ja. Hier links. Links kommen wir raus. Sehr schön. Dann haben wir das ja auch erledigt. Dann haben wir das ja auch erledigt. Ja, dann ist hier wohl nichts mehr, wa? Doch. Da drüben. Ich habe noch mehr vergessen. Oh. Da an der Ecke. Da. Ja. Ja. Hä? Das war's. Ja, die sind voll mies, ne? Die sind voll einfach und mies. Ja, darum sind die ja immer mies. So, hier ist jetzt alles weg. Genau. Hier ist alles weg. Hier ist alles weg. Oh. 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 Hier ist auch nichts mehr. Hier war ich schon drinnen. Aber wieviel wir mittlerweile alleine schon gefunden haben. Oh, wir haben es ja eigentlich über drei Viertel gefunden. Eigentlich ja schlecht. Aber warum? Da ist noch einer. 130 Meter. Und das ist sogar noch. Ein Neutron. Ja. Und noch ein Neutron und noch ein Neutron. Alter. Ähm, ich glaube wir haben doch ein bisschen mehr vergessen. Okay. Aber alles hier auf dem Berg. Ja, ja. Der eine ist anscheinend auch hier unten. Da kommt man schon so ran. Oh, ist das nicht dein Ernst? Der war aber echt mies. 97. Und der andere nur drum, der ist da oben. Aber da komme ich auf jeden Fall nicht so an. Der ist schon auf dem Weg nach oben. Der ist auch jetzt. Achso. Du gehst mir auf den Sack. Hör auf jetzt. So. Okay, dann muss da irgendwo ein Berg drin sein. Oh. Oh. Ich bin schon da. Ganz oben. Ja. Ganz oben. Ne. Ne. So. Da bist du da. Dann komme ich Richtung dir. Ja. Ne. Ich bin gerade irgendwo oben auf dem Berg rum. Ja. Ja. 100 Meter, ne. Ja. Okay. Was ist das? Guck ich, dass ich hier wieder hochkomme. Ich habe doch ein bisschen mehr vergessen. Hä? 42 Meter in die Leitung? Ach, hier ist ein Blob. Hier ist doch ein Blob. Den mache ich. Oh nein. Mein Blob ist runtergefallen. Na toll. Wir stecken mit dem Blob fest. Okay. Oben bei der Lava. Ja. Manchmal bist du gut. Alles das Shooter bringt ist gut. Ist einer schon tot? Blobby, fress. Blobby, fress. Da ist im Lobby. So, der muss fressen. Unten. Jaaaa. So. Ach. Ach, der letzte ist oben hier bei... Beim Lava. Da müssen wir eben zum Teleporter. Das geht schneller. Jaaaa. Wo ist denn der Teleporter? Ja, hier und... Die Folge ist schon längst wieder vorbei. Ja, lass doch. Ehe doch, jetzt durch. Oh! Äh... ...ehhh... Okay, du musst stehen, und ja, das... ...ehhh... ...ehhh... ...und... ...und... ...ja, was ist da denn... ...ich... ...ich weiß nicht... Ob das wirklich hier was ist. Irgendwo hier in der Nähe soll das noch. Ob das wirklich auf diese Höhe ist. Ich weiß. Irgendwo hier muss es gewesen sein. Und diese Richtung da oben drauf. Tja. Und da wirklich vielleicht oben drauf. Aber es wird ja auch nichts angezeigt. Dass hier irgendwas in der Nähe ist. Ja ich weiß. Aber der ist hier. Ah mein Örchenjogend. Nein doch. Irgendwo hier war der. Der wurde hier angezeigt. Ist aber nichts. Ich weiß. Aber ich weiß, dass der hier angezeigt worden ist. Warte mal. Ich geh mal bisschen runter wieder. Set. Äh. Hm? Soll hier aber oben sein. Ähm. Ja vielleicht hast du den ja schon. Ja aber den hat er mir ja gerade eben erst angezeigt. Ey. Ich weiß nicht wo der ist. 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 Ja. Oh. okay das sieht echt cool von unten aus also hier wird mir nichts angezeigt wurde mir vorhin noch was angezeigt keine ahnung und zwei stück angezeigt oder es war wie kurzer packt das von irgendwo anders kann möglich sein jetzt aber wieder zurück zum habitat für den namen sogar jugend im feld hier die jungen feld hin und rückfahrt ausgerüstet Ja, für einen neuen Labortest. Dr. Klenk. Für einen neuen Labortest machen. Mama! Was? Wo hast du das Chemie hingepackt? Da wurde auch das Volk raus. Das Tür zu machen, bitte. Das ist die Bühne. Das einzige, wo wir es noch nicht eingesetzt haben. Er wette zu hoch. Ich suche das, das was ich hoch. Das ist so ekelig. Immer noch. Jetzt kommen wir hier raus. Wahrscheinlich nicht. Ich geh einfach mal rein. Hier, da ist ein Geheimnis. Aber es ist ein anderes Geheimnis. Geheimnis. Und. t wahrscheinlich wird uns das sowieso nur angezeigt Ah, hier waren wir doch schon Ah, ist geheimnis Hier ist aber auch nichts Hier wird auch nichts mehr angezeigt Ach hier Bekanntes Forschungsobjekt Bekanntes Forschungsobjekt Ja Ist leider über mir, ich kann leider nicht zu dir umkommen Ach, geht fahrrad Tropfen der Öffnung, eklig und oder cool Ich bin mir auch nicht so sicher Weil das jetzt so ist Eklig oder cool Gute Konservierungshülse zur Aufbewahrung von Tausenden von Samen Thema legitimate Okay Let's go Und dann da muss noch Geheimnüsse ein bisschen. Ja... Ah, da geht's lang. Das tut dann leider auch um mich hin. 6 von 10. Echt so eine kleine Spalte. Ist da noch irgendwas? War bei dir noch mal ein Geheimnis? Nö. Boah, ich komm mir leider auch nicht mehr hoch. Komm es leider nicht mehr hoch. 6 von 12. 7 von 10. 12. 12. 13. noch ein Geheimnis ok ich verstehe das nicht, warum die Teile manches mal funktionieren, manches mal nicht ich verstehe das auch nicht bis zum Temp wir waren da unten Entschuldigung doch Hier geht es nur nach unten. Durch den Arsch raus. Irgendwas? Ach hier. Teleportation. Ah! Wollen wir das vergessen? Okay. Der ist neu. Und der ist tot. Was? Der ist tot. Na? Das stört mich jetzt. Wir brauchen nur ein Einziehen. Der hat mir so gedacht. Der hat mir so gedacht damit. Vielleicht landen wir auf einer anderen Insel jetzt. Ich hab keine Ahnung. So eine Extrainsel. Ja. Ja. Der hat sich nicht mehr zu verabschieden. Der hat sich nicht mehr zu verabschieden. Das ist ein ganzes Wettbewerb. Das ist ein ganzes Wettbewerb. Das ist ein ganzes Wettbewerb. Du hast nicht nur eine Haus für Leben. Du hast herausgefunden, die Licht selbst. Das ist ein ganzes Wettbewerb. Das ist ein ganzes Wettbewerb. Das ist weit über meine Wettbewerb. Das Wettbewerb. Das Wettbewerb. Das ist ein ganzes Wettbewerb. Du willst die Welt creieren? Du hast deine Erfassung von ARY26 abgeschlossen und den Planetensamen gefunden. Du bleibst unsicher, was die Zukunftspläne von Künde betrifft. Aber während du in deiner Hyperschlafkamera wegdämmerst, stellst du dir eine Welt des Wohlstands vor. Die Durchhanddeckung. Und da ist der Levitge. Und da ist der Levitge. Was sollte schon schief gehen? Ich ahne jetzt Böse. Was sollte schon schief gehen? Oh, wir sehen leider nicht mal die Erde. Dass man wirklich zu Hause ankommt. Die Beine. Hä? Schade. Hast du einfach rausgegangen? Nein, ich habe nichts gemacht. Okay. So jeden. Das war Journey to the Savage Planet. Ein wirklich wundervolles Spiel. Lustig gestaltet. Lustige Videos. Obwohl wir ja nicht mehr alle gesehen haben. Die meisten davon kannte ich auch schon. Davon wurde jetzt abgesehen. Aber... Ich fand es gut. Keinem was dazu. Ja. Das war schön. Aber ich hätte gerne noch das letzte Ding gefunden. Ja, ich mache es dir gleich nochmal an. Und dann darfst du suchen. Fruchtfröhlich, soweit wie du möchtest. Und jetzt da gehe ich aber eine Rauchung. Nein. Es war wirklich schön. Ich hoffe noch, wir sind noch mehr davon. Was weiß ich. Journey to the Savage Planet 2. Oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber wir gucken mal. Ich lade keine noch mal ein. Damit er nochmal suchen gehen kann. Damit er seine 100% voll kriegt. Wir haben nämlich 93,4%. Ich finde das richtig viel. Ja. Das finde ich. Das ist voll viel. Das ist wirklich viel. Es geht mehr. Ah, oh Gott. So. Jetzt kannst du dein Spiel wieder beginnen. Tschüssi. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Was immer ich auch mache. Tschüss.